Das ist jetzt unser Jungschwanz, den haben wir jetzt gerade gefesselt, wie er lebt und lebt, Jungschwanz mit Haube. Wie hast du das gelernt hast? Ich glaube, er lebt den Haube im Tag. Nicht mehr. Tschüss, du Tempel. Ja, schön wärm drauf. Du musst doch mal ingenieren. Nächstes Haus. Gut, dass ich alles wieder mache. Schlecht mich auf. Schlecht mich auf. Und wenn es Spielzeit voll ist, auslärkostet werden.